zerstöre die sichertieferung des casinos ok dann fangen wir hier sind die beiden rechten wir nehmen die beiden linken jetzt mehrere oh gott ja gut 10 10 sitz ist ja alles klar wir fahren aber trotzdem links hoch zehn minuten noch mal zeit auch geben sich doch den anderen genommen ja wir hätten hier die nehmen sollte ja das sind auch jedes wir hatten einen über den co anfordern da ist nur einer ja wir haben ich habe auch noch theoretisch die ist ich kann doch nicht fliegen also nicht gut sagen was mal so muss nicht nur schließen können hatte mal ich komme auf den anrufe anfordern kann inventar die lieferungen sind hier ließ mobile kontrolle superjacht brauchen wir nicht markierung aber über seo wird zu anrufen muss anrufen ich kann über mehr über sagen rufen glaube ich mehr weil da war das glaube ich mit dem pegasus 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 sind es da unten ja dann machen wir das von links helikopter was hat was hat wölke wie oder service markus egal mein klein das ist ein flugzeug und das noch mal gerade kurz ich muss mal gerade kurz bei medien und steuern nach unten steht ja mein gut ja wir achten medien gestellten ist auch keiner da kriegst du dann markus kannst du das ja okay dann drücke ich zu dem jetzt ich habe den buzzard jetzt angefordert weil der kleine wenn ich jetzt ja sie kriegen das schon hin wirklich doch verschwinde mit einer scheißkarre da ich habe mal geguckt dass ich ein ruf und das ist okay das weiß ich habe ich ein bisschen schräg aufgekommen das würde ich jetzt erstmal dahin den heli holen der steht nämlich unten an dem an dem docks da wo wir auch den kakowakku genau 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 da an der stelle steht der scheiß auf schilder kommen wir nicht na gut sind jetzt auch 700 meter 66 minuten mehr okay aber das kriegen wir schon irgendwie hin also wir müssen ruf aufs dach ja auf der jacht kommen wir nicht so schnell ja brauchst du ja nicht ne war da steht ja ein hilo auf der ruf hä ich verarschen ah dahinter steht der hier steht der da ist der scheiß tag und auf den können wir nicht nehmen kannst du aus dem hubschrauber raus schießen ich kann es versuchen wir haben uns ein buzzard angefordert dann musst du fliegen ich will fliegen wenn du aus dem hubschrauber raus schießen kannst du hast keiner mit dem geschütz ach reicht ok dann kriegen wir mal hin ein paar ziele holen dann kriegen wir mal hin ein paar ziele holen weint ihr wirklich der schaden in den fünf minuten noch die ganzen zehn sieben rum nein nicht mehr alle zehn Markus fliegt mal ein tic mitte nach rechts da ist du musst die straße noch vorher folgen der rechte punkt davon der ist nicht weit weg von uns der ganz rechts oder der rechts von der hubschrauber ganz rechts ja ja der eigentlich bist du jetzt quasi auf den du jetzt drauf zu fliegst also der ganz rechts ja ja du musst ja warte mal ist das richtig ja doch ok du willst jetzt auf einen zukommen das ist kein heli das ist ein auto weil die helis sind nur begleitung muss ich jetzt unter dir sein ja perfekt ja sonst machen wir das ding nochmal neu ist ja alles kein problem aber jetzt wissen wir ja das was wir mit dem heli versuchen wenn wir dann nochmal ein heli und dann gehen wir nochmal nochmal an würde ich sagen wie weit sind die helis weg äh ja kann ich dir sagen das ist ein ganzes stück noch da ist das auto jawohl es geht eigentlich der ist was ist das da oben das gefängnis ist es nicht so eine fabrik oder so kurz davor da sind zwei helis aber dabei als äh das krieg ich hin als begleitung der nächste jetzt quasi direkt steht eine jacht von jemandem äh das ist thomas bist du das mit der jacht der blauen ja das müsste thomas sein aber das ist meine ja meine ist es nicht oder ne von baby von baby du bist dein ist es da unten ist hier jetzt fließt doch das ding in hier jawohl das sind polizeihelis glaube ich die ist ja kein so war ein falscher der nächste ist direkt vor dir da sind wieder zwei helis dran wir haben aber einen an der back gekleben aber der ist egal ja ich fliege nicht den heli fliege ich nicht wie auch die letzten sieben besoffen ach guck mal der typ der der typ der uns gestern auch schon auf dem server gewesen ist der ist ja auch wieder drauf oh wenn ich den schnappst du was und fliege und ich werde dich nicht von mir alter nervt das ey ich kann dir leider gerade nicht helfen weil ich auch ein bisschen scheiße sitze ja alles gut ich muss nur erstmal den so wenden dass ich die auch analysieren kann ey aber die ok zum nächsten Punkt das sind beides die von gestern die waren gestern schon bei uns mit drauf ja der der eitog ja ja der war auf jeden fall gestern drauf und der andere weiß ich nicht ist auch egal wie soll die machen ja nichts war ja auch gestern schon das lieb das sind wir haben noch sechs die vor wir haben noch eine minute 30 habt ihr schon einen gemacht ja marco ist direkt scharf links der steht am see wir sind schon zum nächsten die sind alle nah beieinander die sind alle nah beieinander ne ja das ist ein boot oder was wohin muss ich denn welcher sie meinst du jetzt der see wo du gerade drüber wegfliegst der muss ein bisschen rechtsbeurschaft der steht am Ende am Ende haben sie Ufer dahinten da ist wie gesagt der Heli mit dabei ja ich vermute aber dass wir das nicht schaffen wir haben noch eine minute bei wir haben noch sechs lieferungen aber es ist nicht tragisch wie gesagt wir haben das wissen es ja jetzt das ist das mit dem Heli ist es einfach wir haben Zeit verloren mit dem Auto erledigt komm Leute der steht unten auf der Straße ja der steht unter dir wie der wichtigste Fliegel ist hier ey wo ist denn der hin der auf der Straße ist der auf jeden Fall haben wir Flucht eliminiert die Heli kann sein dass das das ist der kleine Bus der hier unten fährt weißt du oder nee nee der ist auf dem Dreck da ich sehe ihn aber nicht ist das ein Bug ist auch kein Überholungs aber trotzdem haben wir die gleich abgeschlossen ich bitte sie willst du die Ausrüstung haben ok ja die Heli haben wir gestopft hast du es ein bisschen einfacher nachher die Hauptmission ist das echt der Bus ist das echt der Bus hier gewesen? nein ok keine Ahnung mein schöner Hubschrauber da kann eine Frau fliegt ne Quatsch ist gut wir haben den auch ist egal alles gut ist das das ist das das ist das